Hallo, ich bin der Algon. Ich mache eine Lehre als Einzelhandelskaufmann beim Helwig, die Profi-Baumärkte. Ich habe mich für den Lehrberuf entschieden, weil ich gerne Kundenkontakt habe und der Beruf selber sehr abwechslungsreich ist. Ich bin dafür verantwortlich, dass die Ware, die bei uns ankommt, in die richtigen Regale eingeräumt wird. Ich berate unsere Kunden, wenn es Fragen zu den Produkten gibt und lege die Kundenaufträge direkt am PCA. Hallo, ich bin die Sonja und ich mache die Lehre als Garden Center Verkaufsfrau. Ich liebe den Kundenkontakt und arbeite auch gerne mit Pflanzen. Deswegen habe ich mich für diesen Lehrberuf entschieden. Ich übernehme die Pflege der Pflanzen, übernehme die neuen Waren, die reinkommen und schaue, dass in der Abteilung alles sauber ist. Die Beratung der Kunden macht mir am meisten Spaß, weil ich ihnen einfach mit unseren Pflanzen eine riesige Freude machen kann. Wenn dich diese Lehrberufe interessieren, komm zum Schnuppern vorbei. Wir freuen uns auf dich. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.